Achtung Achtung! Jetzt wirds wieder heiß und fettig! Wir spielen wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Hero. Und wir haben gerade ohne Witz Sportwagen ausgewählt und haben jetzt am Anfang Zentorno. Wahrscheinlich für zwischendurch werden wir irgendwo mal gemorpht werden oder so. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall meinen Cabo Nici Nare ausgewählt. Leider nicht so funktioniert. Ich habe meinen Massacro ausgewählt. Nein! Ich bin drüber geschwählt. Echt? Kleiner Tipp, oben nicht allzu schnell. Weißt du, da weiß man ja nicht. Soll man das glauben? Ja, das war okay. Bin ich kein vertrauenswürdiger Mensch? Nee, bist du kein bisschen. Kein bisschen, sagt der Freunde. Bist du. Aber jetzt Zweiter Weltkrieg oder was? Wie überholt er mich? Ey, ich drück voll durch. Was soll ich noch machen? Tomi Speedtech am Start. Wundschatten. Was für Wundschatten mit Flugzeug? Junge, ich zieh auch voll an Verpester vorbei jetzt gleich. Lol. Ey, ich komme auch zu euch noch. Warum habe ich so die Megaspeed, ey? Ich bin der Erste. Ja, nicht mehr lange. Ich komme jetzt übelst vorbeigeballert. Ach, Bullshit. Ich zieh hoch, dann kommst du nicht vorbeigeballert. Oder ich zieh runter. Er zieht echt runter. Er kommt vorbeigeballert. Jetzt ist er aber mega langsam. Echt? Ja, ja. Da bin ich gleich wieder dran. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Darf ich ihn gleich frei, ne? Er kommt gar nicht mehr. Ich komme mega nah. Ja, ich sehe es. Ich gucke zurück, weißt du? Sogar Tomi überholt. Ne, verpest er überhaupt nicht. Aber du bist echt langsam. Dich überholen wir. Ciao. Nein! Ich komme nicht mehr runter. Ich glaube, ich werde rechtzeitig hochziehen. Er zieht runter. Was ist mit ihm? Jawohl, ich habe ihn ein bisschen dagegen gedrückt, glaube ich. Oh, da kommt noch einer. Ich habe ihn richtig weggedrückt. Oh nein, jetzt muss man Kurven fliegen. Hier. Schau, Frisch. Punkt trotzdem bekommen. Wohin müssen wir? Ey, wohin? Ey, wohin? War irgendwo dahinten. Oh, das Battle, Alter. Ah, da! Da kommt Frisch wieder von rechts und schräg angeflogen. Ist genau unter mir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt voll speed runter halten soll. Ich glaube, es ist ähnlich. LOL, war besser. Ja, da sieht man wieder das Aufholen an. Was für Aufholen. Wie ist angespießelt. Ich fahre einfach besser als Tim. Du fährst vor allem, ja, ja. Ja. Ah! Oh, verpasst du! Habe ich in Gegend nicht gerannt? Ja. Alle im Gleitmodus, alles voll die Pros hier. Naja, der eine gleitet mega weg. Irgendwo da oben auf die Plattform oder alles? Ich glaube, ja. Ne, da ist... Nein! Irgendwo unten. Er labert mega kacke. Ne, da ist er. Da ist der Punkt. Wo denn? Ja. Ganz unten, oder was? Das weiß nur der heilige Jesus. Oder Tomi oder Darkseid, ne? Weil der hat den Punkt auch. Ne, sag mal ehrlich. Ich hab den Punkt auch nicht. Ja, der ist unten. Der ist ganz unten. Auf so'n Berg. Eins ab. Kann man nicht irgendwo vertrauen, Feinde? Doch! Ich fahr da grad stundenlang hin, ey. So, jetzt hör ich ihn erst. Was? Du bist da gar nicht. Führter. Der ist halt echt unten auf dem Berg. Na klar. Morphen und dann direkt mal die Klippe runter und explodieren. Nihon? Nihon? Selbstmord ist auch kein gelesen. Ich hab schon öfter gesagt, in GTA schon. Oh, hallo Baum. Oh, hallo Baum. Jetzt hab ich übrigens den Cabo Ni Silahe. Echt? Ich wünschte, ich hätte ihm nicht die Scheiße erfährt. Ich hab jetzt den Massaker. Ey, respawn. In grün. Ich hab den noch gar nicht in grün ausgewählt. Ey, heute mit den Farben kommen die echt nicht klar. Kann das sein? Ich steh auf Mobbing gegen Fresh. Das schon. Die erste Folge kommt übrigens schon heute, ne? Jaja, mal gucken. Mal gucken, wann die kommt. Ob die kommt. Nee, ich werd die noch völlig machen. Aber ich muss noch einkaufen. Für... Mal Feiertage. Oh, was ist das? Ja, Auto hat mich geblockt, CD. Obstacle alright. Auto geblockt. Und jetzt steht's genau davor. Ja, was soll ich? Ich kann nicht bleiben. Oh shit. Auto steht genau da vorne. Runter, runter, runter. LOL, alter. First fucking drive. Ja, pfff. Ich kann nicht beenden. Wieso? Das Auto steht auf der Rampe. Ja, dann haus weg. Geht nicht. Ganz oft. Hier ist noch irgendwer. Jetzt hab ich's weggehauen. Irgendwer fährt da Spiralen. Ich weiß nicht, was schneller geht. Ich fahr einfach mal straight hoch. LOL, alter. Was war das? Achso, man muss da so rausjumpen. Fuck. So, jetzt hab ich erst mal im First Try, weil ich das Auto da wegschieben musste. Ja, komm ich drauf? Ähm, komm ich da rüber? Ja, komm. Wenn man hier vorbei kann, überhaupt. Ach, hier muss man ein Sommerkind-Flip machen. Oh, oh. Ja, ja, das hatte ich für's Try. Ich bin drüber geflogen. Ernsthaft? Boah, Alter. Knopfst du. Eigentlich muss man den ja gar nicht richtig machen. Man muss einfach nur Glück haben und in die Röhre kommen, oder? Jaja. Aber ich bin halt, ich hab ihn richtig gemacht. Du bist in die Röhre. Also, okay. Nee, nee. Ich bin an den WarRide und dann bin ich schön in die Röhre gefahren. Natürlich. Und irgendwo da hinten ist das Ziel. Die Frage, ist es wieder auf dem Boden oder irgendwo oben? Ich flieg schon wieder vorbei, ne? Achso, wir kommen. Achso, da ist er. Das ist für mehrere Runden ausgelegt, glaube ich. Nice. Oh, ich hab ihn gekriegt. Die Map gefällt mir, Alter. Ist das Sommerkinds-Map? Nee, ich glaub nicht. Kopieren die alle Sommerkinds- Ja. Geile WarRides. Aber das ist auf jeden Fall ne mega geile Mann. Und da ist er am Ziel. Juhu. Juhu zweiter. Alleine das ist schon, ne? Blasphemie. Blasphemie. Vorsätze fürs nächste Jahr. Hier aber nur noch dritte. Du bist der, der wahrscheinlich zehnmal so viel GTA spielt wie ich, ne? Zehnmal so viel? Ja, okay. Sagen wir mal viermal. Doppelt so viel vielleicht. Da würde ich mitgehen. Dann zehnmal auf keinen Fall. Ah, er hat's nicht geschehen. Doppelt? Nee. Da. Wie viele Stunden streamst du? Ich streame mal von 21 Uhr bis 4 Uhr. Äh, bis 1 Uhr. Jups. Vier Stunden. Das meinte ich. Ja, okay. Dann ist es aber trotzdem würde ich sagen mehr als doppelt so viel. Ja, aber ganz knapp. Wir spielen ja auch immer zwei, drei Stunden. Ja. Zwei, drei Stunden? Nee. Meistens eher vier. Hier. Kann er nicht in der Sicht bleiben? Oh, der spricht vorbei. Aber es ist eh vorbei. Ja. Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Map. Bis gleich. So, wir kommen zurück. Nächste Map. The Wall of Death. Wahahahahahaha. Das Wall of Death, oder was? Mhm. Was steht denn da oben? Irgendwas mit Malte. Hey Malte. Aus dem Weg, aus dem Weg. Da will er mich nochmal. Ah, er kriegt mich nicht. Hey, wer will dich? Alle Bäume. Da ist Dax. Ah, come on. Come on. Michael, oder Mike? Mike, oder Michael? Not to- Wie sie sich schon wieder hochjagen? Das ist ein Transform Race. Jetzt hab ich die scheiß Osiris, ey. LOL. Achso, woher musst du da runter? Ich dachte, der würde mich runterfahren. Brauchst du einfach so einen Abstecher auf diesen kleinen Scheißhügel? Hm. Wie viel da bist du frisch? Erster? Ah, schade. Warum? Wann hätte ich jetzt Annäherungsmenüge legt? Haha. Nein, hätte ich natürlich nicht. Wie gesagt, er hätte es damit ich keine legt. Ich hab noch keine gelegt in dieser Session. Er muss ich wieder zurück? Wohin muss ich? Oh, ernsthaft? Du musst den Weg. Du musst den Weg. Ja, und der Nächste räumt mich mega weg. Ey, muss ich wieder zurück. Ey. Fuck you. Habe ich dich nicht erwischt? Gar nichts, Alter. Lappen. Ey, was will der Verpester? Dich holen hoffentlich. Wo fährst du dann die Uhr? Ja. Einmal im Kreis, weil die mich da rausgeprügelt haben. Irgendwie. Loi, er hat den Punkt doch 100 pro vergessen, Tobi. Warum? Weil er... Weil er... Scheiße gefahren ist. Nein, der ist gar nicht in diesen Kreis da gefahren. Nein, der ist gar nicht in diesen Kreis da gefahren. Loi, ich bin direkt rüber geflogen. Wo rüber ge... Er cheatet sich hier rüber! Was für cheaten! Was für... Nicht cheaten! Voll gut rüber geflogen einfach. Voll gut alleine. Viel zu weit, oder? Ja. Ja, viel zu weit. Geht eigentlich. Ich... Mal guck mal, wo ich lande. Kannst du jetzt mal... In meinem Lünen fliegen, Alter? Nein. Tomi! Nimm die alle mit. Da steht einfach... Oh, jetzt hab ich eine mit, ne? Greiz. Ein schöner Jetstream-Wohnwagen, ne? Mega gut. Die sind mega teuer, da steht noch eine. Mega teuer. Ja, kein Schmerz, wenn die gut erhalten sind. Kann ich mir vorstellen, ne? Kosten die paar hunderttausend. Ey... Ey, nimm doch den scheiß Punkt! Paar hunderttausend? Diese... diese Alu-Dinger, oder was? Ja, ja. Das, äh... wusste ich gar nicht. Ich guck immer hier... Oder hab ich früher immer geguckt. So, was weiß ich. Diese amerikanischen... Trödel-Sammler. Wie heißen die? Hab ich von der ersten. Schickry und, äh... Na... Ja, genau so. Jetzt nicht die Trödel-Trupp. Ehrlich gesagt, kenne ich von denen keinen, nein. Ist leider, äh... Geht nicht um solche Sachen. Geht nicht um solche Sachen. Ey, und wo geht's denn hier lang? Was denn das für ein... Nee, die heißen auch irgendwie anders. Keine Ahnung. Ich hab wieder ein Video gekriegt bei Whatsapp. Von Manfred. Wer ist Manfred? Der Onkel von einem Kumpel, der schickt mir nur... Warum hast... Ausschließlich... Die perverseste Scheiße, die es auf der Welt gibt. Warum hat der Kumpel von der... Äh, der Onkel von einem Kumpel... Weil ich bei dem in einer Finca war. In Spanien. Oh Mann, ey. Und womit verdient er sein Geld? Mit perversen Videos? Keine Ahnung, der geht jetzt bald in Rente. Also mit perversen Videos, okay. Und chillt dann in Spanien, in seiner Finca, Alter. Ja, und du hast keine Finca in Spanien. Egal. Ich kenn jemanden, der einen hat. Ich kenn jemanden, der jemanden kennt, der einen hat. Ja. Krass, ne? War so voll skeptisch und dann meinte er so... Jungs, das war korrekt. Nächstes Mal... Sag dir Bescheid, wenn er Bock hat. Wird er wiederkommen. Die Sache ist einfach... Na? Er schickt dir immer perverse Filmchen. Er hat euch auch gefilmt. Die sind alle aus seiner Finca, die Filmchen. Ich bin hetero. Ja. Auch wenn ich jetzt deine Träume zerstöre... Hat ihn jetzt nicht wirklich interessiert, glaube ich. Ich bin hetero. Keine Sorge, meine Träume zerstörst du damit nicht? Ja, ja. Trotzdem mal ins Ziel gefahren. Naja, mach den mal. Machst du schon. Schaffst du's denn noch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo das Ziel ist. Ich guck mal, wo du bist. Oh. Guck du mal, wo ich bin. Ja, Alter, ja. Scheiße. Freunde, ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut dabei hier vorbei. Bis dann noch dreien. Ciao. 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 Ciao.